Die letzten drei aktiven Atomkraftwerke in Deutschland. Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg, Isar 2 in Bayern und das Kernkraftwerk Emsland in Niedersachsen. Ende 2022 sollen sie vom Netz. Jetzt wird über einen Weiterbetrieb diskutiert. Wie funktioniert ein Weiterbetrieb? Es gibt zum einen den Streckbetrieb. Streckbetrieb bedeutet, dass sich die vorhandenen Brellelemente, die in dem Kernkraftwerk jetzt zurzeit auch vorhanden sind, weiter nutze über das vorgesehene Ende hinaus, vielleicht drei Monate, vielleicht auch fünf Monate, habe dann aber natürlich eine Leistungsreduktion und werde nach circa drei Monaten etwa bei 80% Leistung dann in dem jeweiligen Kernkraftwerk sein. Länger laufen mit weniger Leistung. Bei einer Laufzeitverlängerung über den Streckbetrieb hinaus braucht es dann aber neue Brennstäbe. Doch die Lieferzeit kann bis zu zwölf Monate betragen. Was bringt ein Weiterbetrieb? Könnte ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke die Gasnotlage abfedern? Ein Weiterbetrieb der Atomkraftwerke kann die Gasnotlage nur relativ wenig verbessern. Das meiste Gas in Deutschland wird für Wärmeerzeugung, für Kälteerzeugung in der Industrie, in den Haushalten genutzt. Und da hilft Atomkraft erstmal nicht. Das heißt also, wir haben im Prinzip 6% des deutschen Stroms, der über Atomkraft produziert wird. Für einen Weiterbetrieb seien außerdem einige Voraussetzungen nötig. Die Änderung des Atomgesetzes, qualifiziertes Personal und die Sicherheit der Reaktoren. Bisher ist das alles auf ein Ende der Laufzeit im Dezember 2022 ausgerichtet. Welche Folgen hat ein Weiterbetrieb? Für den Betrieb eines Atomkraftwerkes gibt es sehr hohe Sicherheitsanforderungen. Alle 10 Jahre muss es Sicherheitsüberprüfungen geben. Die letzten waren 2009. 2019 hätten sie erfolgen müssen, sind aber mit der Perspektive des Ausstiegs ausgesetzt worden. Diese periodischen Sicherheitsüberprüfungen nehmen rund 2 Jahre allein auf der Anlagenbetreiberseite in Anspruch. Dann kommt noch die behördliche Überprüfung. Zeiträume, die nötig seien, um die Sicherheitsvorgaben zu erfüllen. Dazu kommt das Thema Atommüll. Nach Ende der bisherigen Laufzeit wird es insgesamt 1.900 Behälter geben in oberirdischen Zwischenlagern, so König. In jedem dieser Behälter ist eine Gesamtaktivität zugelassen, die gleichzusetzen ist mit den Freisetzungen in Tschernobyl. Ein weiter Betrieb von Neckar-Westheim und den anderen beiden lässt viele Fragen offen und hat weitreichende Folgen.